Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Brote, Brote, Brote. Heute entführe ich euch alle nach Italien, um genau zu sein, nach Roma. Denn da habe ich meinen Sommerurlaub verbracht und da habe ich etwas gegessen. Das hat mit Brot natürlich nichts zu tun, sondern mit Pasta. Aber das wandle ich jetzt einfach mal in ein Brot um. Dafür brauchen wir nicht viel mehr als Ciabatta, Ricotta, Prosciutto. Los geht's! Die Zutaten sind alle gleich wichtig, wenn man so will. Ich habe allerdings gerade noch ein bisschen was vergessen. Ich wollte es sehr einfach halten, aber es ist dadurch auch immer noch einfach. Das Ciabatta ist gerade im Backofen. Das wird noch so ein bisschen knuspriger und warm. Schmeckt auch nicht schlecht. Wir werden das Ciabatta dann anschließend mit ein bisschen Olivenöl bestreichen. Mit diesem Pinsel hier. Ihr wisst schon. Dann kommt da noch ein bisschen Sale drauf und ein bisschen Pfeffer. Dann kommt der Ricotta. Den habe ich hier stehen. Mh, Ricotta. Huch, der ist ja auf den Teller rumgerutscht. Macht ja nichts. Und darauf werden wir dann dieses hier, nämlich Prosciutto crudo, auch ordinal italienisch, werden wir dann auch auf das Brot packen. Und ich weiß noch nicht genau, ob wir das Olivenöl dann nochmal drauf machen, weil eigentlich kommt dann der besondere Clou zum Einsatz, nämlich Honig. Den werden wir eigentlich darüber garnieren. Ich denke, wir werden dann die zweite Schicht Olivenöl einfach lassen. Deswegen würde ich sagen, less talky, more cookie. So, jetzt haben wir das Brot rausgeholt. Knusprig ist es jetzt nicht direkt. Das macht aber nichts. Darum geht es auch eigentlich weniger. Wir machen jetzt so dicke Scheiben daraus, weil wir das Ganze gleich ziemlich opulent belegen. Das sind natürlich keine Riesenbrote, sondern das sind mehr so, es ist irgendwo zwischen Häppchen und, also zwischen Brothäppchen und Brot. Das ist aber ja nicht schlimm. Ich mache jetzt mal so für eine Person, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, so vier. Da machen wir jetzt acht draus. Dann, also ich denke, dann sollte man wirklich satt sein. Der Ricotta hat ja auch ein, zwei Kalorien, habe ich gelesen. Das ist aber ein ganz schön vorseliges Ciabatta, was ich hier gekauft habe. Gut, gut. Okay, das war das. So, das tun wir mal beiseite. Jetzt hier die ganzen... End. So, passt schon. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich das jetzt am dümmsten mache. Ach so, genau. So, am dümmsten fange ich so an, wie ich es euch gesagt habe. Olivenöl. Wieso jetzt Olivenöl, fragt ihr euch ganz einfach. Olivenöl gibt egal was. Ich glaube, wenn ihr Olivenöl auf einen Dauerlutscher drauf träufelt, glaube ich, bekommt der Dauerlutscher einen mediterranen Flair. Die italienische Küche benutzt ganz viel Olivenöl. Die spanische benutzt ganz viel Olivenöl. Die griechische benutzt ganz viel Olivenöl. Und eigentlich alles, was um das Mittelmeer herumliegt, benutzt Olivenöl und hat uns damit einen entscheidenden Punkt voraus. Nämlich, sie wissen, dass man Olivenöl so ziemlich zu allem benutzen kann. So, ich glaube, das sollte es jetzt gewesen sein. Olivenöl ist echt, vor allem ist es saugesund. Das sollte man an der Stelle auch nicht vergessen. Ganz viele Antioxidantien. Vitamine, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Nö. Ja, die paar Fettsäuren. Scheiß der Hund drauf. Ih, nee, tut er nicht. Hoffentlich. So, das Ganze jetzt ein bisschen. Natürlich wäre es jetzt viel geiler, wenn man wie in einem guten italienischen Restaurant das Ganze direkt auf das Brot mahlt. Und dabei rede ich jetzt sowohl vom Pfeffer als auch vom Salz. Grober ist schöner in dem Fall. Ich habe gerade leider keine vernünftige Salzmühle. Das liegt daran, dass meine Salzmühle vor geraumer Zeit kaputt gegangen ist. Behaupte einfach mal, ohne es wirklich gesehen zu haben, dass es das gewesen sein sollte. Und ich hasse auch diese... Es ist eine saugute Erfindung eigentlich, ne? So ein Pfefferspender mit eingebauter Mühle. Aber das funktioniert immer nur semi-gut. Das schaue ich auch daran, dass das Ding hier ungefähr 100 Jahre alt ist. So. Hallo. So, das soll es gewesen sein. Jetzt kommt der Ricotta zum Einen. Also viel schöner ist natürlich, wenn man das Ganze wirklich mit vernünftigen Gewürzmühlen macht. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal eine zulegen. Ich nenne dieses Brot Fusco-Brot übrigens, weil ich etwas Ähnliches, wie ich eingangs schon sagte, in einem Restaurant in Italien, in Rom gegessen habe. Da war das Ganze natürlich auf Nudeln, also auf Pasta. Nudeln, bei dem Wort Nudeln muss ich mal Nudeln mit Ketchup denken. Deswegen ist es Pasta. Pasta. So, beim Ricotta geizen wir nicht. Also wie gesagt, das war Pasta und da war das mit da drauf und ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Konstellation das war, aber die Idee war ganz schnell geboren, daraus ein Brot zu machen, einfach weil es super gut dazu passt. Ich weiß, ich hatte noch Brot im Restaurant und deswegen habe ich das dann glaube ich damit irgendwie kombiniert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist ja auch Wurst, weil Ricotta ist super und Prosciutto ist super. Das ist jetzt tatsächlich sogar ein Parma-Schinken. Muss man natürlich jetzt nicht, also es gibt auch günstigere Varianten, die kann man natürlich auch nehmen. Mal kurz gucken, ob der Ricotta auch wirklich gut ist. Heureka. Gut, gut, der ist hervorragend sogar. Jetzt habe ich das hier fertig, das ist ja jetzt im Grunde nur einer von vielen Schritten. Jetzt kommt hier der Prosciutto zum Einsatz. Allerdings glaube ich, werde ich den halbieren und dazu nehme ich mir ein echt scharfes Messer. Heute kommt er hier Hightech zum Einsatz. Schon das dritte Messer. Habt ihr gar nicht bemerkt, ne? Ja und das legen wir jetzt nicht einfach nur hier so drauf, sondern wir dekorieren das hier so ein bisschen azifazi. So im Grunde. Das Schöne ist, der ist hier so wunderbar abgeteilt. Das ist eigentlich natürlich für die Umwelt wirklich alles andere als gut. Aber für uns hier als dosierende ist es super. So, dann hier einen Schnitt. Ich habe so viel wieder gekauft, dass ich das glatt nochmal machen könnte. Ich habe jetzt noch ein halbes Chavata übrig und habe noch was von dem Ricotta hier übrig und habe sogar noch einen im Kühlschrank. Das ist ja klar, ne? Kennt mich ja. An der Stelle der obligatorische Hinweis. Diese Sendung gibt es auch auf Dailymotion. Wenn ihr das gerade auf Dailymotion seht, dann wundert euch einfach nicht. Sagt nichts dazu. Wundert euch nicht. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren. Ihr könnt uns auf unserer Webseite auch besuchen. Die da heißt www.brote-brote-brote.de Da seid ihr herzlich willkommen. Die Kommentarfunktion, die eine Zeit lang quasi defekt war, aber auch nicht wirklich, ist repariert. Sie funktioniert und ihr könnt ab sofort da los kommentieren. Das ist mir jetzt ein bisschen verunglückt, aber mein Gott. Was soll's? Ich bin kein Künstler. Jetzt machen wir hier noch Honig drauf. Das geht natürlich am besten mit so einer Squeezeflasche. Die gibt es von Langnese, die gibt es aber auch von anderen Firmen. Da müsst ihr euch jetzt wirklich nicht am Markennamen orientieren. Denn ich persönlich finde den hier sehr lecker. Das ist ein mediterraner Blütenhonig. Das passt natürlich super zum Olivenöl, passt zum Ricotta und zum Prosciutto. Also das ist eigentlich genau die richtige Variante dafür. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt in dem Fusco-Restaurant, das Restaurant hieß Fusco, falls ich das eben nicht gesagt habe, ob der jetzt einen mediterranen Blütenhonig benutzt hat, weiß ich nicht. Das ist mir auch eigentlich schnuppe. Mir ist wichtig, dass es gut schmeckt. Und der hier schmeckt mir persönlich einfach. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier nicht so, da hier einfach nur so ein bisschen, da muss ja auch nicht wirklich viel drauf. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Und fertig ist eigentlich auch schon unser Fusco-Brot. Wir haben benutzt Jabata. Das haben wir mit ein bisschen Olivenöl eingepinselt, ein bisschen gesalzt und gepfeffert. Dann haben wir anschließend Ricotta da oben aufgetragen. Darauf kam dann der wunderbare Prosciutto Crudo, der sogar aus Parma ist. Und dann haben wir das Ganze garniert mit ein bisschen mediterranen Blütenhonig. Das Ganze ist jetzt fertig, kann verputzt werden. Wenn ihr den Ricotta ordentlich dick aufgetragen habt, dann sollten euch diese vier Stullen pro Nase eigentlich reichen. Also die Portion, die hier jetzt auf dem Brett liegt, wäre quasi für zwei Personen zumindest. Also es ist natürlich kein ganz wertiges Abendessen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Mittagssnack. So, an der Stelle möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr euch diese Folge angeschaut habt. Hoffe, ihr habt auch ein paar andere Folgen geschaut. Wenn nicht, könnt ihr das jetzt natürlich zu meinem und eurem eigenen Vergnügen sehr gerne nachholen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet, denn Brote, Brote, Brote gibt es jeden Mittwoch für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mit was weiß ich noch nicht, aber ich habe einige, einige, einige sehr, sehr coole Rezepte im Handgepäck und die werde ich sehr bald auspacken. Also, nächste Woche geht es weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut und bis bald. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis bald.